Studierendenwerk warnt Wohnraummangel für Studierende ist drängendes soziales Problem. Die steigenden Mieten und die zunehmende Konkurrenz um Wohnraum machen es für viele Studierende immer schwieriger, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Das Studierendenwerk warnt davor, dass dies zu einer sozialen Auslese führen könnte, da nur noch Studierende mit finanziellen Mitteln in der Lage sind, sich eine Wohnung zu leisten. Es ist an der Zeit, dass die Politik und die Hochschulen sich dieser Problematik bewusst werden und gemeinsam Lösungen finden, um Studierenden eine angemessene Wohnraumversorgung zu ermöglichen. Wohnraum für Studierende darf nicht zu einem Luxusgut werden, sondern sollte für alle Studierenden erschwinglich sein. Das Studierendenwerk fordert daher mehr Investitionen in studentisches Wohnen und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Studierende. Nur so kann verhindert werden, dass Studierende aufgrund ihrer finanziellen Situation benachteiligt werden und ihre Studienpläne gefährdet werden. Es ist wichtig, dass die Wohnsituation von Studierenden als eine brennende soziale Frage wahrgenommen wird und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Das Studierende Das Studierende Das Studierende Das Studierende Das Studierende Das Studierende